Jo Freunde der beendeten Karrieren, heute tatsächlich mal mit einer guten Nachricht und zwar hört MikiTV mit dem Streamen auf! Logischerweise kann man aber natürlich nicht gehen, ohne am Ende nochmal ein riesiges Projekt zu starten, um auch wirklich den letzten Cent aus seinen Zuschauern rauszupressen. Was meiner Meinung nach übrigens mega verwerflich ist, aber das sehen wir ja gleich. Gucken wir uns aber mal den Anfang von seinem Video an. Hallo? Hallo? Ist hier irgendwer? Okay Leute, keiner da! Schnell, packt die Sachen ein und dann raus hier! Das geht halt wirklich eine Minute so, dass einfach gar nichts passiert. Warum? Warum hat man das sich weggeschnitten? Ich kapier's irgendwie nicht. Und nachdem man dann reinkommt, natürlich erstmal in den Sessel fallen. Bevor ich euch allerdings jetzt auf heißen Kohlen sitzen lasse, gucken wir uns mal an. Was ist denn das heftige letzte Projekt, was er an den Start bringen wird? Wo ich eine gewisse Zeit brauche, auch davon loszukommen. Und um mich darauf einzustellen, wird es ein letztes Projekt, einen Sabaton geben. Und dieser Sabaton, also erstmal, was ist ein Sabaton? Die Laufzeit des Streams quasi bestimmt der Support, der von euch reinkommt. Ich hab mich da noch nicht drüber festgelegt, wie lange das sein wird. Und das ist meiner Meinung nach emotional erpressend und ekelhaft seinen Zuschauern gegenüber. Aber was ist überhaupt ein Sabaton? Das bedeutet, dass man eine vorher festgelegte Zeit online ist. Diese Zeit kann aber immer weiter verlängert werden, indem man Geld da lässt. Egal ob man spendet, Subs da lässt oder auch Bits. Egal was für ein Geld an den Streamer kommt, dieser bleibt dann länger online. So Leute, wenn keine Donation mehr kommt, dann geh ich jetzt offline. Ich bin dann weg. Will noch verspenden? Nein? Okay, gut, dann war's das jetzt. Oh mein Gott, danke für die 2 Euro. Wie es dir nochmal 2 Minuten leid hat, 2 Minuten für die nächste Donation. Wer hat noch nicht, wer will nochmal jetzt Donation reinhauen? Normalerweise gibt's auch eine Maximalzeit, zum Beispiel 7, 14 oder 30 Tage. Manche machen das aber auch einfach endlich, weil die offensichtlich nichts im Leben zu tun haben. Aber was genau finde ich daran jetzt so ekelhaft? Alle seine Zuschauer wissen logischerweise, dass wenn die Uhr einmal auf 0 fällt, dann ist der Stream vorbei. Und er kommt nie wieder online. Was passiert also im Umkehrschluss? Richtig, die Leute werden so viel Geld wie möglich in diesen Stream reinhauen, damit er einfach nicht zu Ende geht. Am Ende sind seine Zuschauer ungefähr das hier. Noch kein Geld? Ach nö. Was, wieso denn? Ganz einfach, weil ich absolut und total pleite bin! Die Leute werden hier einfach emotional unter Druck gesetzt. Denn gerade, wenn man ein jahrelanger, treuer Zuschauer von Micky ist, man ihm vielleicht jeden Abend beim Stream zugeguckt hat, dann möchte man logischerweise nicht, dass dieser letzte Stream endet. Und das macht er sich einfach komplett zu eigen. Er manipuliert, wahrscheinlich auch unabhängig, so klug würde ich ihn nicht einschätzen, auch in diesem Video. Beispielsweise durchgängig mit solchen Aussagen hier. Hab ich unfassbar viele Nachrichten bekommen, die mir alle gedankt haben für diese Zeit, was ich denen alles gegeben habe. Es gibt den Clip, wo ich für einen Jungen die Nacht durchstreamer, weil seine Mutter gestorben ist. Und er hat gesagt, und er ist manchmal immer noch im Chat dabei und sagt, hey Micky, du bist eine unfassbare Stütze, du bist irgendwie immer da. Nichtsdestotrotz aus meiner Perspektive, auch wenn ich ein großes Sego habe, werde ich niemals ansatzweise euch das zurückgeben können, was ihr mir in den letzten Jahren ermöglicht habt. Sei es die Gamescom-Laden, das letzte Event, die unsere Reihe komplett ausverkauft. Bis in den fuhren Morgenstunden war ich mit jedem von euch, der dort war, zu Gange. Habt euch am meisten Zeit verbracht. Habt der Creator gefühlt, der am letzten gegangen ist. Eine unglaubliche Freude daran. Jeder, der mich mal begegnet ist von euch, der wird das bestätigen können. Ich habe eine unglaubliche Freude daran, mich mit euch zu unterhalten. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Und das Ganze werde ich euch niemals zurückgeben können. Aber mit diesem Projekt werde ich das Beste tun. Für meine Brieftasche. Wie gesagt, keine Ahnung, ob er das Ganze extra macht, aber natürlich manipuliert das die Zuschauer emotional extrem. Der tolle Streamer, der so viele schöne Dinge gemacht hat, der damit die Zuschauer emotional erreicht. Und jetzt mit einem tollen Stream einfach mal was wiedergeben möchte. Und dieser Sabaton wird nicht wie die anderen einfach komplett langweilig, sondern das wird ein richtig heftiges Konzept. Ich habe hier, wir sind aktuell geografischer Standort, das ist Madeira. Und wir haben hier die Möglichkeit, in diesem wunderschönen Haus Gäste einzuladen. Also es werden mich viele Streaming-Kollegen, vielleicht auch andere, werden mich besuchen. Und werden mit mir zusammen streamen. Ich werde hier drei zusätzliche Streaming-Setups haben, worüber wir quasi alles abgreifen können. Und wir haben ein Gym, woraus hoffentlich Streams kommen werden. Es gibt einen Bereich fürs Grillen, es gibt einen Koch-Stream, es gibt ein Eisbad. Es gibt so unglaublich viel, was man hier dann innerhalb des Sabatons machen kann. Ja, Bruder, also kein Plan. Im Grunde macht das jeder größere Streamer heute eins zu eins genauso. Ja, es gibt auch diese Standard-Version, die er da genannt hat. Aber normalerweise macht das jeder so, wie er aufgezählt hat. Trimax macht das in seinen längeren Streams so. Und Schlorox hat das Ganze zu Ostern letztes Jahr eins zu eins genauso umgesetzt. Also es ist nicht mal irgendwas Besonderes. Vielleicht kennen Sie dieses Auto von VW mit Reifen und einer Windschutzscheibe. Unser Auto hat Reifen und eine Windschutzscheibe. Das ist unsere neueste Technologie. Was das Ganze irgendwie auch noch so ein bisschen ekelhafter macht, sind seine Aussagen in Bezug zu Geld. Da sagt er nämlich unter anderem sowas hier. Dann habe ich mich erst mal gefragt, glauben die Zuschauer, dass ich streamen muss? Also glaubt ihr, dass ich den Stream anmache, um meine Kosten zu decken? Glaubt ihr, ich muss meinen Stream anwerfen, um einkaufen gehen zu können? OMG, ihr Geringverdiener glaubt wirklich, dass ich streame muss, um mir Essen zu kaufen? Oh Mann, ich bitte euch. Worauf ich in diesem Video aber eigentlich hinaus will, war nicht die Aussage von eben, sondern dass es ihm finanziell ja anscheinend sehr, sehr gut geht. Das Ganze sagt er auch hier nochmal. Ich möchte im Supermarkt reingehen und nicht auf die Preise gucken. Ich möchte vielleicht ein schönes Auto haben. Ich möchte vielleicht irgendwann mal in den Urlaub fliegen. Und all das habe ich mir erfüllt. Sogar weit darüber hinaus. Da verstehe ich ehrlicherweise nicht, warum er dann einen komplett manipulativen Sabaton zum Ende machen möchte, wo ihm bewusst ist, dass seine Zuschauer ja nochmal extra super viel Geld donaten werden, wenn er das Ganze doch eigentlich nicht braucht und sowieso schon ein sehr gutes Leben hat. Wenn es dir so gut geht und du gar nicht darauf angewiesen bist zu streamen, warum machst du dann nicht einfach einen festgelegten Zeitraum wie 7 oder 14 Tage, ohne dass deine Zuschauer Geld donaten müssen und machst einfach einen geilen Stream zum Abschluss für deine Zuschauer? Oder warum spendest du die Einnahmen von dem Stream nicht, um zum Abschluss nochmal was Gutes zu tun? Vor allem bringt er dann auch in dem Video folgende Aussage. Und wenn das bedeutet, dass ich im nächsten Monat oder in sechs Monaten oder wann auch immer weniger Geld verdiene, dann ist das ein fairer Preis, ein fairer Tausch dafür, den ich eingehe, damit es mir besser geht. Gesundheitlich. Das ist nämlich für mich das Allerwichtigste. Dass es mir gesundheitlich, sowohl vom Körper her als auch vom Geist her, dass es mir gut geht. Natürlich wird er die Monate danach weniger verdienen. Ich meine, er streamt ja nicht, ist ja auch klar. Aber Bro, jedem von uns ist doch klar, dass man in einem Sabaton normalerweise, wenn der durchschnittlich läuft, mindestens mal das verdient, was man sonst in sechs Monaten verdient. Bei guten Sabatons kann das auch gerne mal ein komplettes Jahresgehalt oder auch drüber sein. Ja, kann sein, dass du in sechs Monaten dann weniger Geld verdienst, aber in dem einen Stream verdienst du ja wahrscheinlich genug für das komplette Jahr. Also auch das ist wieder manipulativ, so ja, er streamt ja nicht und verdient weniger, macht ihr aber dementsprechend mehr Geld in diesem einen Stream. Ey, das ist so schlecht wirklich. Da dann so komisch emotional zu sagen, Und wenn das heißt, dass ich dann weniger verdiene, ist das absolut okay. Nachdem ich euch komplett gemolken habe. Ob der Begriff ausgebrannt richtig gewählt ist oder müde oder ich zu hohe Ansprüche an mich selber stelle. Ansprüche an dich selber, Bro, du streamst seit acht Jahren einfach nur, wie du irgendwelche Games zockst oder mit deinem Chat redest. Und das ist absolut in Ordnung, ich will das gar nicht runter machen, aber er stellt sich so hin, als wenn er seit acht Jahren so die nonplusultra-real-life-heftigen Stream-Events und sowas aus dem Boden klopft, davor er das nie gemacht hat, und stellt sich jetzt als sonst was für ein krasser Streamer hin. Bruder, du machst den PC an und zockst irgendwas. Auch gut ist natürlich die Tatsache, dass er sagt, dass er ja irgendwo so müde und ausgebrannt ist. Er hat einfach nicht mehr so viel Bock darauf. Aber am Ende nochmal einen Sabaton zu machen, wo man gezwungenermaßen dann wahrscheinlich sieben, vierzehn Tage oder auch länger, ich hätte nicht gesagt, wie lange er das macht, gezwungen online sein muss, dafür hat er dann auf einmal wieder Kraft und Energie. Also klar, dafür wird er auch dementsprechend bezahlt, dann wäre ich auch motiviert. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber vielleicht rechnet er auch gar nicht mit so viel Rückhalt aus der Community. Naja, er sagt eigentlich genau das Gegenteil in dem Video. Ein allerletztes Projekt zu machen, wo ich nochmal richtig Gas geben werde, wo wahrscheinlich ich auch nochmal richtig viel streamen werde. Ich werde ja wahrscheinlich schon sehr, sehr lange streamen müssen, ne? Ich weiß nämlich genau, wie viel Geld ich von euch bekomme. Wie gesagt, wenn du irgendwas Krasses zum Abschluss machen möchtest, verstehe ich nicht, warum du das Ganze nicht ohne Sabaton machst und dafür halt einen festen Zeitraum. Sagen wir 14 Tage. Das wäre für die Community viel geiler, als sie emotional unter Druck zu setzen und sie quasi dazu zu zwingen, dass wenn sie dich weiter online haben wollen, im letzten Stream sie Geld donaten müssen. So könnte man der Community wirklich was zurückgeben, anstatt zu sagen, so Leute, ich gehe jetzt online, außer hier kommt nochmal ein Fünfer drauf. Na, will noch irgendwer? Noch irgendwer Geld? Die Gründe dafür, dass er aufhören möchte zu streamen, sind übrigens folgende. 330 Stunden gestreamt. Das sind im Schnitt im Januar pro Tag 11 Stunden. Ähm, da war nicht viel anderes in meinem Leben. Der eine Grund ist, dass ich für nichts anderes in meinem Leben Zeit habe, außer für das Stringing. Ähm, unglaublich viele Bereiche in meinem Leben kommen zu kurz, was ich ändern möchte. Und sei es, sei es der Sportliche, sei es der Soziale, sei es, ähm, die Entwicklung von mir persönlich. Er hat also für gar nichts anderes mehr Zeit. Also, ich verstehe den Grund Real Talk halt irgendwie überhaupt nicht. Für ihn gibt es also entweder die Option, zwölf Stunden am Tag zu streamen, oder halt einfach gar nicht. Wäre es nicht eine Idee, einfach weniger zu streamen, oder einfach nicht so häufig? Ich will seine Entscheidung gar nicht angreifen, aber ich finde dieses Zeitargument halt absolut wack. Er war in den letzten 365 Tagen 275 Mal online, im Durchschnitt 8 Stunden. Wenn dir das viel zu viel ist, dann gar keine Frage. Kann ich komplett verstehen. Das hätte ich wahrscheinlich kein Jahr durchgehalten, weil mir das zu anstrengend ist. Also Real Talk. Aber warum streamst du da nicht zum Beispiel einfach zweimal die Woche, oder von mir aus auch täglich, aber nur für 2 oder 3 Stunden? Du könntest ja einmal die Woche für 8 Stunden streamen, oder zweimal in der Woche für 5 Stunden. Warum muss es denn dann gar nicht sein? Also verstehe mich nicht falsch. Wenn er keine Lust mehr hat, absolut legitim. Kann man nachvollziehen nach 8 Jahren. Aber dieses Zeitargument macht gar keinen Sinn. Vor allem dann auch solche Aussagen hier. Wo der Pokal immer noch unten in irgendeinem Karton drin ist, den ich noch gar nicht aufgestellt habe, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Weil ich immer nur streame. Boah, ich habe das letzte Jahr 90 Tage gar nicht gestreamt. Und sonst immer nur 8 Stunden am Tag. Wann soll ich Zeit haben, diesen Pokal aus dem Paket zu holen? Das dauert 2 Minuten. Woher soll ich die nehmen, Alter? Ein Punkt, der mich persönlich triggert, ist übrigens folgender. Ich möchte mit meiner Freundin, möchte ich mehr Zeit verbringen. Meine Kinder waren letztens zu Besuch hier auf Madeira. Und die haben mich für eine Woche besucht. Und in der Woche hatte ich nur einmal gestreamt. Und ansonsten hatte ich nur Zeit mit denen verbracht. Wie gut das mir getan hat, mit denen Zeit zu verbringen. Wie gut das denen getan hat, mit mir Zeit zu verbringen. Ich will ihm hier auch gar nicht absprechen, dass er nicht gerne mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen würde. Aber Bruder, jetzt mal Realtalk. Du sagst in dem Video, dass du gerne mehr Zeit mit deinen Kindern hättest, wanderst aber vor einem Jahr nach Madeira aus, weit weg von deinen Kindern, einfach nur, um mehr Geld zu haben. Du hast effektiv weniger Steuern zahlen vor deinen Kindern gesetzt. Ich meine, ich bin selber Vater. Deswegen argumentiere ich das vielleicht auch aus einer anderen Rolle. Und vielleicht werde ich auch dafür gehatet. Aber als ich mit meiner Ex noch zusammen gewesen bin, hatten wir auch den Plan nach Madeira auszuwandern, weil man tatsächlich relativ viel Geld spart. Und auch nach der Trennung hätte ich logischerweise auch alleine auswandern können. Und das hätte sich richtig gelohnt. Ich hätte, glaube ich, so 100.000 bis 400.000 Euro mehr im Jahr gehabt. Aber kein Geld dieser Welt, nicht mal 5 Millionen Euro mehr im Jahr, wären es mir wert, so weit weg von meinem Sohn zu sein und ihn nicht vernünftig aufwachsen zu sehen. Ich zahle lieber viel zu viel Steuern, als so weit weg von meinem Sohn zu sein. Du willst mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen, aber ziehst 4 Flugstunden weit weg von deinen Kindern. Aber ja, ich denke, diese vielleicht 200.000 Euro im Jahr, du wirst dir später bestimmt denken, boah, das ist viel besser, als die ganzen verlorenen Erinnerungen mit meinen Kindern, die ich nicht habe, weil ich weggezogen bin. Ich weiß das alles. Ich habe nur einen höheren Anspruch an mich selber. Und dem werde ich nicht gerecht. Ich werde mir selber nicht gerecht. Was für Anspruch, Bruder! Du setzt dich vor dem PC und zockst halt oder laberst mit deinen Zuschauern. Also, sorry, er stellt sich so hin, als wenn er so der krasseste Streamer ever wäre, der so jeden Tag ein neues, heftiges Event plant, obwohl er ja so Standard-Streams macht. Und das ist nicht mal schlimm. Kann auch unterhalten sein, gar keine Frage. Aber der, wie stellt er sich da hin? Ich blick das nicht. Zum Abschluss kommt dann das hier. Das ist tatsächlich ganz schön creepy. Aber gut, was kann ich denn abschließend dazu sagen? Das Video ist einfach mega heuchlerisch. Er erpresst seine Zuschauer emotional. Und es ist mal wieder absolut weird. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich MikiTV als so den sympathischsten, besten Menschen hinstellen möchte, obwohl er hinter der Fassade meistens immer genau das Gegenteil ist. Egal, ob mit dem gelogenen Kick-Deal, die FIFA-Packs, die er damals geöffnet hat, oder auch jetzt dieses Video. Es geht ihm offensichtlich halt einfach nur darum, beim letzten Stream nochmal so viel Geld wie möglich mitzunehmen, damit man sich die Rente schmecken lassen kann. Und das ist einfach absolut ekelhaft den Zuschauern gegenüber. Überleg mal, wie viele Leute du hast, die wirklich diesen Stream mitverfolgen, die Bock haben, weiter Content zu sehen und die logischerweise dann extra Geld da lassen, damit du eben länger streamst. Du setzt die Zuschauer damit komplett unter Druck, weil du sagst, dass das dein letzter Stream ist. Und das ist absolut charakterlos. MikiTV, Realtalk, das hätte ich nicht mal von dir erwartet. Und ich kann mir schon richtig gut vorstellen, wie das Ganze läuft. Wahrscheinlich wird er in sechs Monaten oder in einem Jahr zurückkommen und sagen, hey Leute, ich habe jetzt ganz zufällig doch wieder Bock täglich zu streamen. Mensch, das ist aber ein Zufall, oder? Und das würde auf jeden Fall zeigen, was für ein heuchlerischer Typ du bist. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann. Okay, thanks, bye.